Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen hier zurück in der Welt von Frostpunk. Wir sind hier jetzt in Tag 2 und müssen loslegen, haben eine Forschung gestartet und müssen zuschauen, dass wir jetzt hier auch mal was für unsere Kranken tun. Wir haben nämlich Leute, denen es nicht mehr allzu geilo geht und deswegen baue ich jetzt hier eine Sanitätsstation an der Stelle. Die ist auch sehr sehr wichtig, denn Kranke werden am Anfang, also Larry Palmer ist momentan krank, er ist allerdings nicht sehr krank. Diese Person ist krank und im Zustand wird sich verschlechtern, wenn sie nicht sofort behandelt wird. Es ist wichtig, dass wir uns um Larry Palmer kümmern, denn wie gesagt, wenn wir das nicht tun, dann wird er immer kranker und wenn er immer kranker wird, dann wird er irgendwann schwer krank, kann nicht mehr arbeiten und dann stirbt er. Ihr seht hier, hier gibt es auch Schwerkranke. Wenn Leute schwer krank werden und sterben, dann sinkt die Hoffnung und steigt die Unzufriedenheit. Dann haben nämlich die Leute das Gefühl, dass hier irgendwas aus dem Ruder läuft und das gilt es für uns natürlich zu verhindern. Das sollten wir auf gar keinen Fall zulassen, dass das passiert. Aber wir lassen das ja auch zum Glück nicht zu. So, wir haben jetzt 16 Holz, was würde ich denn als nächstes bauen? Nahrungsmittel wären eigentlich ganz ganz sinnvoll, dafür bräuchte ich jetzt das Speisehaus, denn die Leute werden auf kurz oder lang hungrig werden und wir haben jetzt am Glück schon mal ein bisschen Nahrung. Ich brauche jetzt also 20 Holz, die haben wir jetzt gleich. Oh, da gibt es eine Meldung. Eine zerrissene Familie, Leute von unserem Konvoi. Sir, nachdem wir die Werkstatt erbaut hatten, kam eine Frau zu uns. Sie sagte, ihr Mann und ihre Tochter seien nicht mit der großen Gruppe in die Stadt gekommen, aber sie ist sich sicher, dass sie immer noch da draußen sind. Sie möchte sich dem ersten Speer-Team anschließen, dass wir losschicken. Sie drängt zur Eile. Ja, wie gesagt, deswegen brauchen wir den Signal-Beacon, damit wir draußen nachgucken können, wo noch andere Menschen sind, die uns Arbeitskraft schicken, aber auch, ja, sag ich jetzt mal, vielleicht auch Rohstoffe irgendwie auftreiben können, also diese Spähtrupps. Wir tun, was wir können. So, dann. Jetzt haben wir endlich die 20. Sehr gut. Jetzt möchte ich das Speisehaus bauen und da seht ihr, man dotzt das am besten dann irgendwie da hinten so ran. Es ist ein bisschen schwierig, das hier so korrekt zu machen, ohne dass, dass, äh, dass die jetzt hier, die, die passen halt leider nicht perfekt, das ist das Problem. Kann ich das hier hin machen? Ne, ich mach das hier hin, das Speisehaus. Man muss halt entsprechend planen, ne, weil die Häuser halt leider nicht alle gleich groß sind. Das Speisehaus ist mir an dieser Stelle wichtig und ich möchte gleich jetzt auch dafür sorgen, ähm, jetzt kommen wir wieder zu einer wirklich moralischen Entscheidung. Wir können jetzt das Gesetz erlassen, um mehr unsere Nahrungsmittelvorräte zu strecken, Suppe. Wir können Suppe anstelle von richtigen Mahlzeiten zubereiten, um mehr Menschen mit derselben Menge Rohnahrung zu ernähren. Äh, nach Einführung dieses Gesetzes kann nach null Tagen, äh, ein weiteres Gesetz verabschiedet werden, also nach 18 Stunden. Neues Rezept Suppe im Speisehaus verfügbar. Das Geile ist, das wird dann Partiford schon vorausgewählt, also man muss es gar nicht selber machen. Ähm, Effekt ist, die Hoffnung sinkt, äh, die Unzufriedenheit steigt und das Essen der Suppe wird Unzufriedenheit hervorrufen. Also die Leute, jedes Mal, wenn sie die Suppe essen, also einmal am Tag, werden unzufriedener. Dagegen muss man natürlich vorgehen, aber dafür haben wir natürlich auch eine Möglichkeit. So, dann haben wir hier die Alternative, statt, äh, Suppe zu machen, Zusatzstoffe. Schön, dass es so dran steht und nicht in Anführungszeichen. Wir können den Mahlzeiten Sägemehl hinzusetzen, damit sie besser sättigen. Dadurch werden sie aber nicht leckerer oder gesünder. Wenn wir das machen, haben wir dieses neue Rezept, äh, Sägemehl. Das ist sozusagen die andere Schiene, also wir können das machen. Suppe geht dann nicht mehr. Ähm, da sinkt auch die Hoffnung, die Unzufriedenheit wird ebenfalls steigen. Und einige Einwohner, die Mahlzeiten mit Sägemehl essen, werden erkranken. Das finde ich nicht so cool. Ganz im Ernst, das strecke ich dann doch lieber mit Suppe. Das, äh, akzeptiere ich lieber die Unzufriedenheit der Leute. Ja, das neue Gesetz wurde unterzeichnet. Also in dem Fall von uns. Und ihr seht jetzt, jetzt bauen wir hier unsere Suppenküche oder in dem Fall halt das Speisehaus. Was wir im Grunde jetzt an der Suppenküche machen. So, hier bauen sie immer noch gewaltig ab. Beschleunigen wir das Ganze mal. So. Fertig ist es. Und da seht ihr ja, die Suppe ist jetzt hier schon vorausgewählt. Und jetzt aktiviere ich ihn. Es werden hier 50 Suppen pro Stunde produziert. Genau, jetzt wird hier oben aus der Rohnahrung hier die richtige Essensration gefertigt. Das ist schon mal wichtig. Und das Gute ist halt auch, also wichtig übrigens auch bei dem Gebäude ist, es braucht eine gewinnende, gewisse Mindestwärme, damit ich das Ding hier überhaupt betreiben kann. So, wir haben die Signalstation erforscht. Und warte mal, das heißt, wir müssen jetzt allerdings sofort wieder was Neues forschen. Ich bin der Meinung, dass es sinnvoll sein könnte, jetzt erstmal hier das schnellere Sammeln zu erforschen. Das finde ich eigentlich ganz, ganz gut. Dann können die Leute nämlich die Sachen, die wir brauchen, schneller herschaffen. Ähm, wo ist jetzt hier die Signalstation? Dafür brauche ich nochmal 20 Holz. Die fehlten jetzt momentan. Ähm, also beschleunige ich das Ganze, bis wir die 20 Holz haben. Wichtig übrigens, oh, Nahrungsmittel. Der Generator summt mit beruhigender Wärme, aber wir sollten das nicht als selbstverständlich ansehen. Wenn der Generator ausfällt, stirbt die Stadt. Sie achtsam, äh, sei achtsam mit dem Kohlereserven. Kümmern wir uns jetzt um Nahrungsmittel. Es wird keine Stadt geben, wenn wir verhungern. Finde einen Weg, Rohnahrung bereitzustellen. Und baue ein Speisehaus, um die Mahlzeiten zuzubereiten. Ja, das machen wir ja schon. Hier ist noch so ein leichtes Tutorial im Grunde mit dabei. So, und jetzt haben wir wieder hier Schichtende. Was bedeutet, dass wir jetzt hier, äh, wieder kein Holz produzieren. Hypothetisch, aber wir haben ja immer noch hier die 24-Stunden-Schicht am Start. Also, vielleicht generieren wir ja noch die, äh, entsprechenden nötigen Holzmittel. Ne, tun wir leider nicht. Das ist ärgerlich. Ja, und was übrigens ganz, ganz wichtig ist in diesem Samen. Oh, da kommt was. Dach über den Köpfen. Käpt'n. Die Einwohner sind selbstverständlicherweise besorgt über den Mangel an Unterkünften. Bei dieser entsetzlichen Kälte im Freien schlafen zu müssen, macht sie krank. Wir sollten etwas unternehmen. Ja, und jetzt kommen wir an den Punkt, das sind sehr, sehr entscheidende Momente im Spiel, wenn wir solche Entscheidungen treffen müssen. Und zwar, wir können jetzt einfach sagen, quasi, ich kümmere mich da nicht darum. Die Unzufriedenheit wird dadurch ansteigen, wenn ich sage, ich mache das nicht. Wenn ich, äh, allerdings sage, ich werde für einige Leute Unterkünfte bereitstellen, dann habe ich zwei Tage Zeit, um 25 Einwohnern eine Unterkunft zu bieten. Das bedeutet, dass ich drei Gebäude bauen muss, weil in jedes Gebäude zehn hineinpassen und in dem Fall halt drei Zelte. Ähm, dann, äh, wenn ich das schaffe, dann gibt es, äh, allerdings auch einen kleinen Hoffnungsboost. Wenn ich sage quasi, dass hier, äh, dass ich für alle was bereitstelle, dann muss ich für 50 Leute, äh, Gebäude bereitstellen. Ähm, das mache ich an der Stelle nicht, weil, ähm, es würde zwar einen guten Hoffnungsboost, äh, bringen, aber, äh, wenn ich es nicht schaffe, dann, äh, ist das ziemlich hart. Deswegen mache ich lieber das hier. So, und, äh, ich würde sagen, dass wir momentan damit noch kurz warten. Ich möchte, äh, da ist der Scheiß hier immer noch im Weg. Das sind immer noch 83 Holz. Ich schicke dann noch zusätzliche Arbeitskräfte hin, um das hier so schnell wie möglich abzubauen. Was ist jetzt hier los? Die Weisheit der Menge. Ein Ratschlag jetzt vom Spiel insgesamt. Käpt'n, wenn Forderungen gestellt werden, denken Sie daran, die Leute suchen meist die schnelle Lösung, nicht die beste. Sie müssen nicht jede Bitte erfüllen. Wenn Sie das Problem auf Ihre Weise lösen, ist das in Ordnung. Ja, also, ich werde das im Hinterkopf behalten. Äh, im Grunde heißt es eigentlich nur, äh, man muss nicht immer tun, was die Leute wollen. Ähm, es geht hier einfach nur sozusagen um die Balance der Zufriedenheit, sage ich jetzt mal. Warum will ich jetzt hier gerade eben, äh, dieses Ding hier weghaben, weil ich die Straße hier bis an den Rand machen will? Ich will jetzt so eine klare Straßenführung haben. Ich glaube, das hilft mir im Spiel später weiter. Ähm, einfach um eine klare Straßenstruktur zu haben. Das hilft so ein bisschen beim Plan. So, jetzt wird hier erstmal, bö, bö, bö. Ich bin echt am überlegen, ob ich, ich kann ja die 24-Stunden-Schicht leider nicht fahren, aber ich könnte sie jetzt hier einführen. Da geht jetzt natürlich die Unzufriedenheit wieder hoch, aber es ist mir egal. Hauptsache, die bauen jetzt hier diesen Scheiß ab und ich kann hier dafür sorgen, dass hier weitere Zelte gebaut werden. Ähm, das mache ich jetzt auch. Zelt Nummer 1 wird jetzt hier schon gemacht. Ich möchte die Aufgabe hier jetzt gleich gemacht haben, damit ihr, äh, auch seht, was das für einen Effekt hat mit der Unzufriedenheit und mit der entsprechenden Hoffnung. Ähm, ich könnte, ja, durch die 24-Stunden-Schicht sind wir das eigentlich momentan sehr, sehr nobel aufgestellt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich plane übrigens hier gezielt, äh, ja, das mache ich so, oder? Hier ist halt auch eine Straße. Ne, ich mache das so. Ich mache hier noch ein, äh, ein Haus hin. Und dann hier noch, und dann habe ich eigentlich auch ausreichend. Ich muss hier wahrscheinlich noch eine Straße rumführen. Das Problem ist, dass jedes Gebäude eigentlich mit einer Straße irgendwie gesegnet sein muss, sonst funktioniert das nicht richtig. Das Gute ist übrigens, na, die Leute laufen nicht wirklich hin und her, um diese ganzen Ressourcen zu sammeln. Es reicht einfach, um man sie, dass man sie hinschickt und dann machen die das schon von alleine. So, das können wir mal beschleunigen, um die Nacht rumzubringen. Dann haben die höchstwahrscheinlich das hier dann auch schon fast komplett abgetragen. Ihr seht, wie schnell das geht jetzt hier mit so einer Nachtschicht. Das geht dann ordentlich, trilli, pampi. Dann können wir das hier machen. Ich möchte nämlich den Beacon an den Rand setzen. Der Beacon muss nicht im Zentrum sein, wo es warm ist. Der Signalstation ist das völlig egal, wo sie sich befindet. So, jetzt haben wir hier fast genügend Häuser. Ein Haus bauen wir jetzt hier noch. Und zwar hier. Haben wir schon drei Leute, die krank sind. Wir müssen jetzt demnächst mal anfangen, uns hier um Dingens zu kümmern, um die Gesundheit. Eine Krankenstation bauen wir jetzt mal. Oder habe ich schon eine? Ah, ich habe schon eine. Ich muss bloß endlich mal hier Sanitäter einstellen. Ihr seht, Ingenieure werden dafür gebraucht. Und jetzt begeben sich auch die Leute, die krank sind, hierher. Status. Diese Person hat keine Unterkunft, okay? Ja, diejenigen, die keine Unterkunft haben, die werden halt eher krank, ne? Aber ihr seht, die werden jetzt halt auch gesünder mit der Zeit. Irgendwo ist da gerade was gewesen, dachte ich. Ne, jetzt, keine Ahnung, es geht ja glaube ich der neue Tag los oder sowas. Ja, und jetzt haben wir hier, diese Leute hier sind halt die, die jetzt in Behandlung sind. Und wenn es hier oben rot wäre, dann wären sie eben nicht in Behandlung. Und die Leute, die nicht in Behandlung sind, die sterben halt tendenziell eher. So, ihr seht, das Ding beschwert sich darüber, dass es keine Straße hat. Deswegen müssen wir uns jetzt hier mal um eine Straße kümmern. Weil, äh, das ansonsten für die Leute sehr ungeil ist. Aber das Gute ist, ich kann die Straße einfach hier rüberziehen. So, hier ist es schon die Straße, es muss hier bloß noch hier miteinander verbunden werden. Das Teil ist jetzt hier gleich weg. Die fangen jetzt hier an auch dran zu arbeiten. Es ist jetzt hier gleich im doppelten Sinne gleich weg. Und insgesamt haben wir hier gleich alles weg, weil das jetzt auch gleich alles abgebaut. Das heißt, für uns wird es interessant, jetzt, äh, auch mal den Fokus auf das hier zu setzen. Und aus diesem Grunde habe ich mir gedacht, äh, ziehen wir mal schon mal eine Straße hier rüber. So. Ich verbrauche jetzt natürlich einen Arsch voll Rohstoffe, um das zu realisieren. Aber mir ist das lieber so als anders. So, hier ist es rot, da kann ich es nicht reinmachen, wie ihr seht. Da bin ich jetzt hier an der Straße dran. Und hier erreiche ich auch alles, was ich will, also baue ich das Teil da hin. Und den hier kann ich jetzt hier demnächst abreißen. So, da sind noch zehn drin. Neun. Das Haus hier hat immer noch keinen Straßen, äh, Anschluss. Warum auch immer, die bauen das hier irgendwie gerade eben nicht. Wahrscheinlich fehlt mir einfach hier sozusagen der, der Bereich, wo ich das machen kann. Wir könnten nochmal ein weiteres Gesetz machen. Ich möchte jetzt hier die Kampfarenen machen. Warum will ich die Kampfarenen machen? Kampfarenen sind erstmal blutig und grausam auf den ersten Blick. Aber ihr seht, was er effektet. Nichts baut besser Spannung ab, als bei einem heftigen Schlagabtausch zuzuschauen. Ähm, das ist in der Zeit übrigens damals üblich gewesen, ne. Also diese typischen Faustkämpfe, wer kennt sie nicht sozusagen, vielleicht noch aus den alten Comicfilmen und so weiter und so fort. Ähm, neues Gebäude, Kampfarena kann ich dann bauen. Abendkämpfe verringern die Unzufriedenheit, also die Leute werden dann zufriedener. Du musst eine Kampfarena bauen, das unterzeichnen. So, und deswegen habe ich hier auch ein bisschen Platz gelassen. Denn, jetzt kann ich hier in diesem Einflussbereich, wie ihr seht, hier, alle Leute werden hier vom Vorteil der Kampfarena beglückt. Äh, und dadurch wird meine Unzufriedenheit am ehesten sinken. So, ist das Teil jetzt hier endlich mal weg. Noch zwei. Wie gesagt, ich möchte die Straße ja hier weiter fortführen. So, jetzt ist das Teil hier weg, endlich. Ich kann die Straße hier weiter fortführen. So, bis hier würde ich mal sagen. Oder komm, wir machen es bis zum Ende durch. Das gönne ich mir. Wenn das jetzt hier gleich fertig ist, dann können die Leute hier gleich auch wieder arbeiten. Wie schaut es hier aus? Ja, wir haben jetzt hier übrigens einen Nahrungsmittelpunkt. Wir haben jetzt 170 Nahrung, Essensration, allerdings keine Rohnahrung mehr. Ähm, das heißt also, wir sind jetzt momentan für eine gewisse Zeit gut aufgestellt. Seit ewig wird das allerdings nicht halten. So, jetzt sind auch die Stahltrümmer erschöpft. Und es dauert nicht mehr lange, jetzt ist auch das hier erschöpft. Jetzt gibt es hier nichts mehr. Jetzt kann ich das Ding hier abreißen. Also demontieren in dem Sinne. Und als nächstes kommt jetzt die Signalstation. Dafür fehlt mir eigentlich noch ein bisschen Holz. Zwei Stück. Die haaren wir kurz mal aus. So, schnellere Sammeln wurde erforscht. Eigentlich sollten wir jetzt sofort forschen, aber ich möchte die Signalstation vorher bauen. Das ist jetzt gerade eben meine ungeile Situation. So, jetzt, warte mal, das ist kein Problem. Wir haben jetzt gerade eben sogar noch mehr bekommen, als wir eigentlich ursprünglich gemacht haben. So, zehn Stück für Ausrüstung für Jäger. Wobei, das bringt mir momentan noch nicht viel. Heizkörper. Ne, das bringt mir alles gerade eben gar nichts. Ich möchte das Sägewerk erforschen. Das wird mir wichtig werden. Und jetzt kann ich hier die Signalstation hin machen. Wie gesagt, am Arsch der Welt interessiert die mich kein bisschen. Die braucht nämlich keine Heizung, wie gesagt. Das hier wurde abgebaut, deswegen habe ich hier noch ein paar Ressourcen bekommen. Wie sieht es hier aus? Hier habe ich noch genügend Kohle am Start. Die Kohle, wie ihr auch seht, ist gar kein Problem. Man kann hier, wenn man auf diesen Generator geht, schauen, wie der Diskrepanz ist. Das ist ein Verbrauch und das, was wir sammeln. Also, wir sammeln deutlich mehr, als wir verbrauchen. Da stehen wir wirklich gut da. So, jetzt können wir hier weiter sammeln. Die arbeiten jetzt hier. Hier schneit es übrigens relativ schnell wieder zu, wie ihr seht. Das ist schon ziemlich krass. Und jetzt müssen sie nur noch die Kampfarena bauen. So, und die Hoffnung steigt dadurch leicht. Und ihr seht, die Unzufriedenheit sinkt. Sehr, sehr gut. Und warum habe ich jetzt eigentlich immer noch hier dieses Problem, dass die hier, so wie es aussieht, das ja nicht hinkriegen. Ich weiß nicht, was das Problem ist. Ich habe keine Ahnung, aber ich würde mal sagen, wir machen das stumpf. Achso, ich habe kein Holz. Das ist natürlich saublöd. Jetzt habe ich wieder Holz. Arbeiten die jetzt hier da dran? Irgendwie gilt das anscheinend hier nicht. So. Vielleicht reicht das ja, als wenn ich das hier so gemacht habe. Signalstation gebaut. Sehr gut. Jetzt brauche ich 40 Holz. Aber es gibt erst mal hier so ein kleines Einspielvideo. Und jetzt brauche ich 40 Holz, warum auch immer, um eine entsprechende Expeditionstrupp auszustatten. Das ist scheiß teuer, aber es lohnt sich. Und jetzt können wir rausgucken. Also wir sehen, der ist deswegen wichtig, weil die Leute jetzt wieder zurückfinden. Ohne diesen Beacon, ohne diesen Signalballon würden sie niemals wieder zurückfinden. So sehen sie. Das ist im Grunde so eine Art Leuchtturm. So, ihr seht jetzt, ich könnte jetzt hier so eine Truppe ausheben. Allerdings brauche ich dafür 40 Holz. Die habe ich momentan nicht. Versprechen gehalten, Schutz vor Wind und Wetter. Sauber. Jetzt haben wir hier die durchgehende Straße. Ihr seht also, man muss halt immer so komische und durchgehende Straßen machen. Warum das so ist, weiß ich nicht. Aber jetzt habe ich mein Versprechen gehalten. Und dadurch sinkt die Unzufriedenheit und die Hoffnung steigt weiter an. Gut. Hier bauen sie das jetzt immer noch ab. Unser Plan sollte jetzt eigentlich sein, jetzt auch mal die... Also wir müssen jetzt genügend sammeln, um jetzt die Leute nach draußen zu schicken. Um einen entsprechenden Expeditionstrupp rauszuschicken. Problematisch ist, dass die jetzt das gerade eben nicht weiterarbeiten wollen. Deswegen mache ich jetzt hier wieder eine 24-Stunden-Schicht. Das wird die Leute unzufrieden machen, aber es geht nicht anders. Ich brauche jetzt hier einfach diese Leute. Und ihr seht die Unzufriedenheit. Wir kriegen die Unzufriedenheit mithilfe der Kämpfe durchaus in den Griff. Die sinkt so langsam aber sicher. So, und jetzt kann ich das machen. So. So, 40 Holz und 5 Arbeiter. Unsere Stadt. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, hier zur vermissten Expedition zu gehen oder zu einem Absturzort. Ich gehe als allererstes jetzt hier mal zur vermissten Expedition. Weil das sind die Leute, wo es geheißen hat, die sind uns vielleicht verloren gegangen. So. Speer Nummer 1 entsendet. Vermisste Expedition. Scrollen wir da rein. Und sollten jetzt eigentlich auch mal so ein Jägerlager machen. Oh Gott, eine Person ist gestorben. Wieso? Warum ist eine Person gestorben? Wahrscheinlich wegen Überarbeitung. Ein Arbeitsunfällen. Oh. Ja, das ist das Problem. Der erste Tote. Einer unserer Einwohner ist gestorben. Krankheit, Unfälle und tödliche Kälte werden in diesen rauen Welt auch weiterhin Leben fordern. Wir müssen uns um die Leiche kümmern. Ja. Das kann ich jetzt, also durch ein Gesetz letzten Endes entscheiden. Ich kann mich jetzt entweder dazu entscheiden, also nicht jetzt sofort, momentan habe ich noch Abklingzeit auf Gesetze. Aber, ähm, sobald es geht, sollte ich mich dazu entscheiden, weil die Leichen, die machen Probleme, die machen die Leute krank. Ähm, also entweder ich entsorge sie auf einem Friedhof, also durch ein ganz, ganz klassisches Begräbnis. Das hat folgende Effekte. Neues Gebäude, Friedhof. Die Hoffnung steigt gleich an. Kein Krankheitsrisiko durch nicht begrabene Leichen. Und, ähm, jede Beerdigung hält, äh, einige Einwohner für ein paar Stunden von der Arbeit ab. Äh, äh, und ich muss dann Friedhof bauen. Das heißt also, in der Zeit jedes Mal, wenn ich, weiß ich, sozusagen, mich für diese humane Lösung entscheide, ähm, beziehungsweise, wenn ich mich für diese humane Lösung entscheide, äh, hat es leider auch negative Konsequenzen, sozusagen, auf die Arbeitskraft meiner Leute. Wenn ich mich für die andere Möglichkeit, für die nicht so humane Möglichkeit entscheide, Entsorgung von Leichen, ich erschaffe dann im Grunde einfach nur so, äh, eine Schneegrube, wo die Leichen einfach hingepfeffert werden, ähm, kann ich bauen. Und, ähm, Vorteil ist auch kein Krankheitsrisiko und die Leichen werden zu späteren Verwendungen konserviert. Spätere Verwendung. Ähm, die Hoffnung würde in dem Fall allerdings sinken. Ich weiß noch nicht, was ich mache. Wir werden es vielleicht in der nächsten Folge erfahren, meine lieben Freunde. Und denkt daran, das Losungswort für die Victorian-Edition von Frostpunk, um diese zu gewinnen, wie im ersten Video gesagt, wird kommen. Seid gespannt in den nächsten Folgen. Macht's gut, bis dahin schöne Zeit. Tschüss und Ade. Tschüss. Vielen Dank.